Ich bin Robin Barning und mache bei Blockhouse meine Ausbildung zum Fachmann für Systemgastronomie. Alles super zentral gelegen. Es gibt so viele Menschen, die hier Urlaub machen und ich habe einfach das Glück, dass ich hier jeden Tag aufwachen darf. Das Blockhouse ist immer mit dem Fahrrad zu erreichen. Also die Ausbildung fängt an, dass man in die Küche geht, dass man lernt, wie werden die Salate geschnitten. Das sind einer unserer vier starken Produkte. Anschließend geht es an den Grill. Das Steak, unser Kernprodukt, das Wichtigste einfach an unseren Qualitätsstandards. Übers Buffet, wie zapfe ich ein ordentliches, gut schmeckendes Bier. Im Service lerne ich alles über Gästekommunikation, Reklamationsmanagement und anschließend geht es dann in die Betriebsleitung. Ich lerne alles über Personalführung, über Controlling, über Warenwirtschaftssysteme. Das ist einzigartig in Deutschland. Zufriedenstellen kann heute jeder, aber begeistern die wenigsten und das schaffen wir halt einfach bei Blockhouse. Wenn ihr begeistert von der Gastronomie seid und echt was fürs Leben lernen wollt, dann freuen wir uns auf eure Bewerbung. Das ist früh. Ihr seid übertrieben. Leitensит wurde dieselbe. Wir sind Concern.